Uh, Flory! Ja, ne, alles gut. Alles cool. Ist vollkommen in Ordnung. Oh, einen Schatz. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Prost bei den Bogen. Na, ist ja ganz toll. Komm, komm, komm. Flora heilt eine schmerzende Seine. So, jetzt muss ich das mal gucken. Äh, ja, okay. Ich würde mal sagen, einfach mal nach links. Irgendwie. Hm, da liegt irgendwas im Wasser, aber ... Irgendwie sind wir da auch ein bisschen zu viele Gegner unterwegs. Und ich weiß zumindest, dass der da und der da ... uns wahrscheinlich nicht so ganz freundlich gegenüberstehen. Und bei denen hier bin ich mir nicht sicher. Was haben wir hier? Okay. Die haben mich auf jeden Fall schon mal nicht angegriffen. Sehr schön. Der latscht natürlich genau da hin, aber ... Okay. Das ist ja nochmal gut gegangen. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich ein höheres Level habe, dass mich die Gegner hier jetzt nicht angreifen. ... 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 Wenddheim hat dir eine neue Verwendungsart für deinen Anker gezeigt. Rex kann seinen Ankerschuss jetzt verwenden, um Gegner umzuwerfen. Der Ankerschuss allein reicht jedoch nicht aus, um einen Feind umzuwerfen. Du musst ihn einsetzen, wenn der Gegner gerade schwankt. Nia beherrscht eine Technik, die Gegner ins Schwanken bringt. Ja, das weiß ich. Das ist eine Verwendung. Okay. Ja, das hat ja schon mal nice geklappt. Achso, ja, ich habe im Übrigen mal Phantom in die Gruppe genommen. Wie unschwer zu erkennen ist, glaube ich. Woops, das war ein bisschen zeitig. Sie hat es gerade ernsthaft verweckt. Watch me show you how it's dashed out. Gotcha. Nia, keep it together. What? I'm the man for the job. Crushing Twister. Double spinning edge. Ha. Jaguar flash. Gotcha. Make haste and retrieve it. Hey, are you still breathing? Nothing major, mate. So, und zack. Oh, jetzt ist der wieder verreckt. Alter, was ist denn das für eine Gruppe hier? Hey, I've done for you. Come on, Rex. Ha. Stay back. You may not survive another war. Hey, like I'm going down the back. That just makes you free limiting me guns. Meine Güte. You got it after seeing it once. Not bad, kid. Hey. Listen up, kid. Drivers use arts. But that doesn't just mean using the powers your blade gives you. There are arts that use your own strength or take advantage of your enemies. There are all sorts. A driver's job is to be smart with his arts and protect his blade. Protect my blade? Yeah. It's a two-way thing, kid. You gotta be aware of the power coming out of her. Don't waste it. Channel it through your arts and protect her. If you can do that, then you're a true driver, kid. A true driver? I don't know. Am I ready? Course you are. That thing from before. Took me five years to learn that. Five years? Yeah. But you saw it once. And then you aced it like it was nothing. And you got Nia and Tora in tow. Those guys are pretty handy. Kid, you got a bright future. I think I'm going to spew. Biggie Pon has scary face, but he very nice. Ha, 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 ha. Suss me out, Furry Pon. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, haben wir hier noch was? Aha. Wusste ich es doch. Oh, ich dachte schon, jetzt ist der große Batzen fällt nach unten, ne? Das wäre es jetzt gewesen. Komm, 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 komm! Das wäre es jetzt gewesen, wenn der nach unten gefallen wäre. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Haar-Siez. Ja toll, jetzt schwankt das Vieh oder was? Oh, ja, aber wo viele? Na ja, nehmen wir mal ein paar mit. Ein paar Erfahrungspunkte kann ja nicht schaden. Außer das Vieh da hinten, das werde ich wahrscheinlich erstmal sein lassen, weil das sieht irgendwie nicht so geil aus. Sieht irgendwie nicht so geil aus. Gehen so riesige gepanzerte Gegner, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Da habe ich in Teil 1 gelernt, dass das nicht immer gut sein muss, wenn man da unbedacht reinläuft. So. Okay, time to take you down. We can do this together. Our emotions are in tune, Wreck. My thoughts exactly. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ja. 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 Na ja, das war's schon. Okay. Oh, irgendein Ring. Ja. 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 Das hat trotzdem funktioniert. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. 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 Ja, ich bin da. Ja. 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 naja ich würde sagen dass vieles echt wissen so ich muss aber mal gucken aber ich glaube ich muss dann normal wieder falsch dass ich glaube ich muss dann hier zurück komm Komm raus, komm raus! Nein! Wir haben die Außenhande verloren! Wir haben gar nichts verloren, weil wir einfach abhauen. Das Vieh nervt. So. Hey, schau, was ich... Wie ich dachte. Ein Titan? So, den riesigen Effekt der Gewalt hat geflogen? Vielleicht ist das die Grund? Ja. Sicher sieht es aus. Ich werde es nicht sterben. Vielleicht hätte es ein Vergnügen. Auf der anderen Seite, vielleicht hätte es ein Vergnügen. Oh, okay. Wohl eher zweiteres. Hey, schau. Es scheint, dass dieses Titan sterben, etwas anderes aufgerissen hat. Mach es so, wie ich dir gezeigt habe, und wir werden... Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da eine Chance haben. was du im accident 원? Oh ja. hmm hmm oh oh wow Das war's für heute. Ah, dann machen wir mal noch die Attacke, mal gucken. Sehr schön. Das klappt ja hervorragend. Das klappt ja hervorragend, irgendwie. Ich hoffe mal, der hat nicht noch irgendeine böse Attacke auf Lager jetzt. Ja, das war's doch schön, gleich. Ha! Ein seltenen Kernpistall, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das war's. Ja, das war's. So, der Monster war in Resonance with the Blade. Tora can not resonate. Stinky Monster can resonate. Not fair. But... Masterpond had Poppy. Oh, Poppy. Yeah. Ha. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 The Blade just keeps on living through it all It's a never-ending cycle An eternal history As mortals, we'll never be able to understand It's incredible But Pyra already had a body when we found her Could her old driver still be alive somewhere? Perhaps Hmm, we'll do this